Hier zur Seite stehen Michael Radojevic und Andreas Gleiser. Der SC Pullendorf spielt in folgender Ausstellung. Im Tor mit der Nummer 30 Matthias Demmer, mit der 2 Heiko Bär, die 3 Moritz Heimpel, die 3 Moritz Heimpel, die 3 Moritz Heimpel, die 3 Moritz Heimpel und die 3 Moritz Heimpel. Das ist ja nicht sicher, die 3 Moritz Heimpel. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.